Hallo Leute und heute gibt's einen Livestream. Um 19.30 Uhr gezockt wird zuerst Minecraft und danach Call of Duty Modern Warfare 3. Ja, bei Minecraft werden wir ein neues Together starten. Aber nicht mit Minecraft, sondern mit einem anderen, mit einem RealLife-Kumpel. Ja, seid dabei. Der Link zum Stream ist in der Beschreibung. Ja, ich hoffe, ihr seid dabei und, ach ja, bei MV3 könnt ihr auch wahrscheinlich mitzocken. Also, bis nachher. Ciao.